Wie geht es heute? Tampa Bay, 27,24 Pop! Wir holen uns! So, da kommen wir jetzt Tampa Bay Buccaneers Ja, ich melde mich wieder zu der Halbzeitshow Wie besprochen Und hier ist er Tom Brady Cool! Voll in der Pre-Show Preiseshow Wie immer Und dieser Sound ist einfach grossartig Ja, es geht langsam los Hymnen Und Tempel Bay Buccaneers Solide Vorstellung von The Weeknd Fällt mir Das war Das war es Da ist sie! Die Vince Lombardi Trophy Juhu! Super Bowl Tampa Bay Buccaneers Anwartung Geschafft Wie vorausgesagt Gute Halbzeitshow Richtiger Seger Recap Es ist Halb 9 Uhr am Morgen Nach dem Super Bowl Äh Ja Es geht ja eigentlich um Die Halbzeitshow Die war super Also der Weeknd Solid Richtig gut Und Aber Für mich das Grösste Oder Tempel Bay Buccaneers Super Bowl Gewinner Vince Lombardi Trophy Unglaublich Ich glaube Spiele War nicht so spannend Für neutrale Zuschauer Und Für einen Bucs Fan War ein kleiner Traum Hymnen Einmal ein grosses Thema The Church Und Just Mine Sullivan Naja Nicht so mein Fall Aber Also Just Mine Die ist grossartig Ja Aber Es hat schon Schöner im Moment In der Geschichte Vom Super Bowl Bis zum nächsten Mal Nächsten Special Ciao! Bis zum nächsten Mal